Wohin es auch geht, dein ID führt dich gerne zum Ziel. Sag einfach per Sprachbefehl wohin du möchtest oder gib dein Ziel im Infotainment ein. Im Navigationsmenü kannst du die Navigation aus den Favoriten oder den vorgeschlagenen Zielen starten. Unter Suche findest du interessante Sonderziele wie Parkplätze oder Ladestationen. Hier kannst du auch manuell ein Ziel eingeben. Mit dem Herz kannst du übrigens jedes Ziel zu einem Favoriten machen. Auch auf längeren Strecken unterstützt dich dein ID für eine komfortable Fahrt. Bei der dynamischen Routenplanung wird der Ladezustand automatisch berücksichtigt und passend zu deiner Fahrweise entsprechende Ladepunkte eingeplant. Die Navigationshinweise erhältst du im Infotainment, in deinem ID-Cockpit und je nach Ausstattung auch über das AR-Head-Up-Display. Detailinfos zum Thema Navigation findest du übrigens auch online. Volkswagen Volkswagen.